So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ähm, wie ihr seht, hab ich die Playlist nicht an. Ne, das hört ihr. Ähm, ich hab ein... Ach ja, ich mach mal kurz Too Many Items aus. Ich hab mein eigenes Texturenpack. Ähm, nehm ich mal Minecraft 2 heute. So, ne, hab ich mein eigenes Texturenpack. Ja, ähm, also es sind nicht komplett eigen mit einigen Texturen von John Smith, wie diesem hier noch. Eigentlich fast alle Items sind noch von John Smith, aber vieles ist schon von mir. Zum Beispiel die Erde, die Steine. Ja gut, die Steine sehen etwas komisch aus. Aber im Moment der Zeit gewöhnt man sich dran. Ich seh das jetzt schon gar nicht mehr. Die Kobolds sind von mir. Das Holz natürlich ebenfalls. Ich glaub das Sugargras erkennt man auch. Naja, das ist mein Texturenpackage. Größtenteils zwar noch von John Smith. Schade. Ähm, dass die Systemauslastung jetzt hoch ist. Aber, naja. Ach, ich brauch neues Glas. Ich wollte ja da hinten weiterbasteln. Und mir ist aufgefallen, dass der Sand nicht reicht. Der wird nie und nimmer dafür reichen. Schweige denn die Kohle. Da hab ich jetzt über zwei Stacks. War. Vielleicht reicht es doch. Dü-dü-dü-dü-dü-dö-dü... Warum bruckelt es gerade so, Mensch? Warte mal kurz gucken. alles deaktiviert ja das Wasser ist immer noch von John Smith so erst mal Luft holen und dann weiter im Text nein da hinten so 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 und Luft holen schneller Gott sei Dank Luft geholt und so 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 schneller ah ey oh Gott sei Dank dass ich immer saufe ne und jetzt wird es auch noch dunkel schön jetzt wieder ganz schnell hier raus ganz 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 flott gut noch ein bisschen Brot essen so dann gehen wir ins Bett ja hier ist immer noch ein kleinfach au 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 man rennt immer vor der Tür äh Tür Band meine ich du 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 hier das ist mein Holz dann legen wir uns jetzt trotzdem mal ins Bettchen da habe ich das Mikrofon an ja Gott sei Dank nicht nur mal nachsynchronisieren aber wo nachsynchronisieren ich schaue mal kurz mit den Zaunanstellungen so und da bin ich wieder es scheint alles so okay zu sein habe ich jetzt gepennt habe ich gepennt äh hä ach egal mal gucken wenn sie unter geht nein sie geht nicht unter also habe ich gepennt so okay okay k 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 Ticket 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 hoch bei dem Spiel Tela oder hin 7 ich die Tür und für St So, prima. Dann muss ich das jetzt hier nur noch schnell rausstopfen. Verzeihung, wenn ich in letzter Zeit also gerade etwas stiller bin. Erstens kann ich diesmal nicht nach Themen googlen, so einfach, ohne das Spielbeschäden zu verlassen. Und zweitens ist es hier für mich gerade etwas anstrengend, das herauszufiltern. Und ach so, ich hoffe, bald habe ich auch dieses DX-Tory. Das kostet 37 Euro. So, ruhig mir dann noch demnächst, wenn ich die zusammen habe, dauert noch ein Weilchen. Aber dann, 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 dann. Das finde ich nämlich wesentlich einfacher, das erleichtert mir auch so einiges an Arbeit. Ach. So, zeige mal, wie tief sind wir denn jetzt? Ich glaube, das reicht, oder? Ja. Ich meine, hier. Das reicht. Auf allem Fälle. Muss ja nicht alles so tief sein. Zudem will ich jetzt, dass wir auch eine Tauchstation, wenn die auf dem Grund ist, kann man ja nicht mehr viel tauchen. Kann man höchstens noch trinken. Geht die Sonne jetzt schon wieder unter? Ne. So. 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 Boah. Dü, 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 dü. So. Die geht jetzt noch hier ein tiefer. Die Station. Dü, 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 dü. Schnell Luft holen. Gut. Da ich mir nicht sicher bin, wie ich das jetzt machen soll. Ach, egal. Kann man später nochmal wegradieren. So. Wie soll man das jetzt machen? So, oder? Ja. Dann ist die drei hoch. Und da es eine Kuppel wird, ist das so toll. Aber ich mach nochmal ganz schnell was. Hab ich genug? Ja gut, ich hab noch dafür genug Holz. So. Schön auf hier. Ach, das ist aber schön, dass ich so viel Glas hab. Schon wieder über zwei Stacks. Da brauch ich noch ein Holzstückchen. Ich mach mir mal kurz einen Sauerstofflieferanten. So. Da muss ich nicht immer so viel schwimmen. Boah, warum ruckelt's? Boah. Auf zu ruckeln. Ruckel, 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 ruckel. Ah. Hab ich mir den Kopf angerümpelt. Warum mache ich ihm im Wasser die Shift-Taste? Ganz ehrlich. So. So, komm her. Gut. Und jetzt. Nein. Das war das Falsche. Scheiße. Das wollte doch die Tür hin, Mist. Och, Gott sei Dank, ey. Das ist gut. Das ist gut. So. So kann man sich nämlich schön Luft schieben. Und hier sieht man es genau, wo man drinsteht. Das ist gut. Aber ich hab hier nochmal Licht. Muss ich wohl mal hier einen Lichtschalter hinhauen. Ah, super. Fein. Ganz toll. Ah, wenigstens geht das. So. Wir sammeln den Kommiss-Stone ein. So, fein. Oh, nö. Och, nö. Das ist doch... Kannst doch keinem erzählen. Glaubt einem doch keiner, dass das hier so scheiße läuft. So. Aber ich durfte. Oh, noch ein wenig Licht. Na ja, kaum. So. So. Aber wo mache ich denn dann mal? So. 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 Na ja, hier hin. Hier hin. Da hin. Ach so. So. Ah. Hey, runter 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 runter. Umm. figura Frurck wiecht nicht. Ich habe auch keine普āle M Temple Mist. Dötu dötu döt. So. so wo habe ich denn hier da gut so Gerhard so 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 das ist ein Land überhaupt nicht die Luft anhalten kann um die 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 so die die so 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 Mensch ich will jetzt diesen Sound wahrscheinlich ist mein Stimme grad viel zu leise habe ich so irgendwie das Gefühl ein